Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, Konnichiwa und auch Salvetes Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play. Shuren 2 Total War mit mir, dem genau auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Hojuro und wir greifen heute die letzten verbliebenen Provinzen im Norden an, die wir jetzt erobern, um die Reichsteilung auszulösen. Ich mach das hier mal ganz kurz, mach das bitte einmal ganz kurz automatisch. Ähm, ja, äh, das mach ich nur, damit wir einmal kurz sehen, dass wir jetzt halt eben diese Reichsteilung haben. Wir werden das besetzen und jetzt haben wir hier, Japan blickt ehrfürchtig auf unsere Macht. Es heißt, der Shogun sammle Unterstützung, unseren Clan zu zerstören. Sicher werden sich unsere Feinde und jene, die dem Shogun treu sind, ihm anschließen. Nicht einmal auf unseren ältesten Verbündeten sollten wir uns verlassen. Es bleibt nur wenig Zeit, um das auf den bevorstehenden, um uns auf den bevorstehenden Sturm vorzubereiten. Wir haben jetzt den Rang legendär durch das Bestreiten von Gefechten und Erobern von Provinzen. Und zum Beispiel der Ehre des Daimyoos erhaltet ihr, ja, Clan-Ruhm, genau. Und, äh, switcht er noch einmal rüber. Mit dem Anstieg des Clan-Ruhms werden andere auf euch aufmerksam, werden wohlmöglich, ähm, und wohlmöglich wird euch sogar das Shogunat selbst als Belohnung seiner Herrschaft, äh, als Bedrohung seiner Herrschaft empfinden, genau. So, das hier, ich werde das gleich nochmal händig austragen. Äh, hier übrigens machen wir das identisch. Ähm, der Sinn bei dem Ganzen, also ich werde das auch gleich nochmal hier händig austragen. Das ist jetzt auch nicht so eine spannende Schlacht, äh, denn wir haben halt eine sehr überlegene Fernkampfarmee. Und wir wollen natürlich nicht so hohe Verluste haben, damit wir also hier gleich bei Hugon, ähm, auch möglichst schnell wieder hier rauskommen, ne. Wir bleiben da zwei oder drei Runden drin und dann, äh, wird das schon passen, ja. Äh, ich weiß noch, ich habe das früher, glaube ich, so gemacht, dass ich dann immer noch einen Mönch irgendwie mitgenommen habe, der dann hier die öffentliche Ordnung in diesen Provinzen verbessert. Müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt auch machen. Auf jeden Fall, ähm, hier ist es besonders einfach. Wir haben ja diese Kriegermönche, die Belagerungen bei Shogun sind halt eigentlich ja nur interessant, wenn man sich irgendwie verteidigt. Aber es sieht insofern mal ganz gut aus, wenn wir wieder in einen positiven Bereich beim Geld kommen. Hier müssen wir reparieren und wahrscheinlich die Reißbörsen abreißen. Das ist noch ein bisschen schade, ne. Ja, vielleicht nehmen wir tatsächlich einen Mönch mit. Müssen wir mal gucken. Ja, ich habe sie jetzt doch automatisch gemacht. Es geht einfach so viel schneller. Aber, äh, falls ihr die Belagerungen sehen wollt, also die Belagerung von Ugot zum Beispiel, es war super easy, ähm, dann zeige ich die euch gerne nochmal. Und zwar das, was jetzt total verrückt war, war, dass der hier wirklich rausgelaufen ist aus der Stadt. Und ich konnte den einfach so abballern und hab dem dann einfach so ein paar Samurai entgegengeschickt. Das war echt total, total merkwürdig. So, wir wollen die Armee hier einmal sabotieren. Wir versuchen es zumindest. Ja, als ob das irgendwie mal funktionieren würde, ne. Ähm, du gehst hier hin und lässt dich mal reparieren. Den müssen wir nicht reparieren. Das heißt also, der könnte tatsächlich nochmal hier hochfahren. Und dann könnten wir uns die Hatakeyama nochmal zu Gemüte führen. Ja, okay, ähm, also Seegefechte, das ist jetzt natürlich nicht die beste, das ist nicht der beste Zeitpunkt, um hier, äh, komm, wir fahren trotzdem mal dahin. Er ist nicht der beste Zeitpunkt, um jetzt hier, äh, diese, äh, diese, diese, diese Spots hier zu besetzen, ne. Weil früher oder später wird er uns da harassen, ne. Aber hey, so ist das so. Das reißt du mal übrigens ab. Ja, eins musst du abreißen. Dann reißt das ab und reparier nur das Ding hier. Ich meine, wir sind jetzt sogar wieder im Plus, ne. Das ist ja eigentlich sehr gut für uns. Ja, dann lässt er den mal da und dann... Sollen wir hier noch einen Mönch rekrutieren? Der braucht halt so lange, ne. Der braucht halt so lange. Hm. Der folgt uns dann und dann wird er hier... Ah, warte mal, stopp, ich habe ja noch einen. Geh mal zur Siedlung. Dann sind die Leute da jetzt in Iwate auch ein bisschen zufriedener, ne. Der bringt direkt plus drei Punkte. Obwohl der eigentlich Armeen motivieren soll, ne. Hat aber eigentlich auch wiederum keinen Wert, Mönche zu rekrutieren, die kein Level haben, wenn wir die hier mit Level 2 rekrutieren können, ne. Oder? Das ist doch, glaube ich, auch irgendwie klar. Ich bin gespannt, wann... Ich bin gespannt, wann die Date uns angreifen. Wir laufen mal hier durch. Vielleicht kommen wir bis nach Echigo. Die Angekochi werden uns angreifen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja, aber ich glaube, hier haben wir eine halbwegs passable Verteidigungsposition. Ja, hier haben wir noch zwei Samurai. Dann können wir, glaube ich, hier die zwei auflösen. Und dann packt die mal da rein, ne. Haben wir noch zwei Samurai hier. Das passt eigentlich, ne. Ah ja, und die, ja, die Kavalerie haben wir auch noch, ja. Ah ja, ist schon okay. Also eine Anti-Kaf-Kaf, ne, sozusagen. Okay. Metzger erhöhen die Repression. Verbessern das Einkommen. Die bleiben dann erstmal da drin. Flotte rekrutiere ich nicht. Äh, die Armeen habe ich soweit bewegt. Ja, dann gucken wir mal weiter, ne. Komm, beenden wir mal hier. Ah ja, guck mal da. Oh, da erklärt uns jetzt den Krieg. Und die Mori erklären uns den Krieg. Die Datei sind sehr treue Verbündete. Die Taker haben die überhaupt nicht. Ja doch, die haben nur ihre Insel da oben, ne. Na, das wird ein Spaß. Die Chosokabe auch. Und die Shoni. Minus tausend. Ein ganz schön teurer Spaß. Eine umsichtige Ehefrau. Minus zehn Unterhaltskosten aller Einheiten. Minus eins für die Moral für alle Einheiten. Hau ab. Ruf zu den Waffen. Plus eins Rekrutierungsplätze. Okay, dann gibt es noch ein paar Rekrutierungsplätzchen. Machen wir mal zwei Handelsschiffe. Hier. Ich glaube, Handelsschiffe können wir tatsächlich noch rekrutieren. Aber alles andere ist ja irgendwie kokolores, ne. Ja, dann einmal hierhin bitte. Die Flotte ist sogar abgehauen. Vielleicht können wir den angreifen, ne. Nein, ich kann... Doch, warte mal. Ich kann den so angreifen. Ah, guck mal. Ja, ich greife den aber zuerst an. Wie, der will das verstärken? Bist du blöd? Tatsache. Ich kann aber Nachtgefecht machen. Hä, der hockt... Der kämpfte da mit einer Sengoku-Buhne drauf? Du meinst es nicht ernst, oder? Was ist denn das für ein Unfug? Okay, pass auf. Wir quicksafen das mal gerade. Alter, das ist ja auch so... Ich dachte, das wäre ein Handelsschiff, aber da sitzt der da mit den Sengoku-Buhnen drauf. Ey, es ist doch nicht normal. Das kann... Das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Wie kann man denn... So kann man... Gibt es realistische Szenarien, wie man diese... Wie man so ein Gefecht führen kann, oder was? Nachtangriff. Und so... Wenn ich den jetzt so angreife? Wow, eroberte Einheiten, ja. Das ist natürlich schon irre, ne? So, wir handeln da ja jetzt gerade nicht. Ich habe auch übrigens vergessen, dass hier ja auch noch einer drin war, ne? Da war ja auch noch ein Priester, den ich hätte mitnehmen können. Aber gut, ja, so ist es jetzt halt gerade. Ja, ich gehe mal hier über die Brücke. Oh, da ist gar keine Straße auf der anderen Seite. Ah, guck mal, die Takeda. Ah, mhm, 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 mhm. Schön. Ja, lauf doch vielleicht hier hin auf die Brücke. Und wer ist das jetzt hier? Ah, ja. Er hat irgendwo noch eine... Ah, da, guck mal, da hatte der noch eine Armee versteckt. Das da ist halt echt voll das... Das da ist halt echt hier voll... Voll das Geheimversteck hier, ne? Ja, wir reduzieren jetzt hier die Unterhaltung. als Kosten, ne? So. Cool, jetzt kostet diese Armee deutlich weniger. Das ist schon mal super. Der kostet 243. Der kostet halt ein bisschen mehr als in der normalen Armee. So ein Bogen-Ashigaru. Das ist schon ziemlich nice, ne? Was ist denn da noch so drin? Naginata-Dojo. Hm, weiß ich nicht. Werkstätte für Flammenbomber. Kannst du alles abreißen. Das brauchen wir nicht, denke ich. Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich jetzt da dran will. So, was wäre denn jetzt so... Also, ich glaube, wir bauen jetzt hier trotzdem... Obwohl es noch... Das kostet halt nochmal Geld, ne? Da müssen wir gerade einmal schauen. Wie viel bringt... Der normale Markt bringt 200 ein, ne? Da müssen wir jetzt aber 1600 investieren, wenn wir beide Gebäude hier haben wollen. Was haben wir denn hier noch? Plus 1 auf die Verteidigung der gesamten Sperrinfanterie unter dem Kommando. Das ist eigentlich ganz gut. Kommando bei Angriffen zu landen. Aber dann ist er nur im Auto-Resolve besser. Dann kannst du auch hier den Sojutsu-Meister nehmen. Minus 4. Das ist tatsächlich nicht so wild. Und hier? Minus 2. Geht ja auch noch, ne? Okay, pass auf. Dann bleibt dir da jetzt noch eine Runde drin, ne? Und du... Genau. Wir machen, glaube ich, nur diese Handelsschiffe erstmal. Dann können wir da oben hier Handelseinkommen generieren. Dann wird das ein bisschen besser. Das Doofe ist halt nur, man muss das dann ständig bewachen, ne? Das ist immer so ein Problem. Er läuft mal hier hin zu ihm. Wir haben noch hier den Metzge. Den könnten wir einmal... Obwohl, lass den Metzge nochmal da drin. Wir könnten ja auch überlegen, ob wir Minot angreifen wollen. Das ist dann schon ein bisschen epischer, ne? Er hat halt nur die Standard-Garnisonen da drin. Eine Jagdhütte. Poststraßenstation, Terrassenbau. Das ist halt nochmal eine sehr teure... Eine sehr teure Stadt. Was wäre, wenn wir den jetzt hier an... Also, das da schaffen wir ja, ne? Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Aber wir könnten Minot plündern. Das verbessert auf jeden Fall... Unser Einkommen ganz erheblich. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 Das können wir auf jeden Fall, glaube ich, mal alles irgendwie abreißen. Ach, da können wir doch eine Revolte hinnehmen, oder? Wir wollten ja nur erstmal unsere Kasse auffüllen, damit wir da genügend Geld haben. Und jetzt können wir mit dem Geld auch mal hingehen und können hier oben dieses Geld in den Ausbau dieser Terrassen hier investieren. So nämlich, ist das so nahrungsmäßig auch nochmal besser. Ich werde ja nicht zu viel Nahrungskrise jetzt hier haben, sonst kriege ich am Ende noch irgendwie überall Verschleiß oder so, das wäre irgendwie doof. Lauf einmal hier hin. Wir machen noch bei dir einmal... Ne, das wollen wir nicht. Wir machen die Motivation von Armeen, ne? Komm, mach das noch und Motivation von Stetten. Dann kannst du ihm noch hier den Mönch mitgeben. Dann sind wir da ein bisschen besser ausgerüstet. Auch hier da bauen wir um, ne? Das können wir auch bauen. Das ist nicht so toll für 1900, ne? Und dafür erzeugen wir dann hier nochmal ein bisschen mehr Nahrung. Gehen wir ganz gemächlich vor, ne? Oha, na, das wird ja ein Spaß, ne? Dann schauen wir mal, er hat kaum Fernkämpfer dabei. Okay, die Armee steht und ich bin gespannt, wo er angreifen will. Also am besten wäre es ja natürlich für ihn über die Tore zu kommen, ne? Mhm. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er es noch ein bisschen frontaler versucht hat. Aber von da kommt jetzt zum Beispiel gar keine Einheit, ne? Dann können wir dann hierher die Kriegermönche hinstellen. Die schießen den noch weg, oder? Die leichte Kavallerie können wir hier mal rausschicken. Okay, die leichte Kavallerie können wir hier stehen lassen. Das sieht ja auch nicht so aus, als würde er jetzt von da kommen, ne? Komm, ne? Komm näher ran. Das ist alles Kavallerie. Okay. Okay. Ich laufe sie mal da hin. Also wir können auf jeden Fall auch noch mehr Truppen hier hinstellen, denke ich. Weil... Kannst du bitte hier auf den hier jetzt schießen? Wir müssen uns doch nicht alles von dem gefallen lassen, oder? Hier, schnell raus da aus diesem Nahkampf. Du musst da raus aus dieser Nahkampfsituation. Schick halt die Samurai rein, also jetzt ehrlich, ne? Okay. 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 So, vielleicht, hm? Ich weiß nicht, warum der jetzt da wegläuft, aber ich stelle ihn da bitte nochmal hin. Die drehen wir mal noch so ein bisschen, dass die da rüber schießen können, ne? Die bessere Variante für uns ist wahrscheinlich dann aber wirklich, wenn wir... Warte mal, du kannst übrigens den hier... Ich stelle den mal noch hier hin, bitte. Die treffen ganz schön schlecht, die Kriegermönche, dafür, dass sie noch eine verbesserte Präzision haben. Hm. Okay, schön. Nee, bitte nicht. Wow. Ja, stell die mal bitte so auf. Ja, komm du da rüber. Fortsetzen bitte. Hier hin. Und raus. Komm. Wir erwischen da doch noch jemanden, oder? Ach, so friedlich, ne? Ein so friedliches Gemetzel. Unser General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Ja, weil er Kollateralschaden abkriegt. Ja. Und raus. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Genau. Ja. echt, diese Verteidigungsgefechte echt sehr gerne, wenn man halt ein paar brauchbare Einheiten hat. Also, die Kavallerie, die wollen wir natürlich noch aufreiben. Cool. Die Kriegermönche sind halt echt so eine Verbesserung, einfach nur aufgrund dieser erhöhten Reichweite. Gut, die haben jetzt nicht so gut getroffen, aber ich fand sie trotzdem nicht schlecht, ne? 57, 91, 77, ne? Die meisten haben halt die Bogenashigaru und die Yariashigaru erwischt. Tatsache. Krass. Kaum Einheiten verloren, 277 ist nicht viel. Wow. Dieses unbewaffnete Schiff sollte einzig zum Handel eingesetzt werden. Und falls es in einer Ja, aber warum fährt das rückwärts? Das ist die Luft, der beste Angriffsplan. Nahrungsmittelknappheit in Shimotsuke Sagami Mino. Wachsende Unruhe in Mino. Welchen Agent hat er denn jetzt ungestimmt? Das war einer von unseren Ninja. Der hat irgendeinen unserer Ninja umgestimmt. Dahin, bitte. Ich glaube, so eine Flotte reicht ja auf jeder Seite der Küste. So, und ich glaube, das hier genügt auch als Bewegungsindikator, ne? Und dann kannst du weiter hier runter. Wobei, dann müssen wir so viele Gefechte führen, wenn wir uns dazu entscheiden, weiter da runter zu fahren, ne? Müssen wir hier auch gleich gucken, ob wir dann nächste Runde oder jetzt schon rauskommen. Dauert noch. Nächste Runde erst. Die könnte man tatsächlich auch noch eine Runde länger da warten lassen, ne? Ja. Das ist bei dem jetzt zum Beispiel schon mal sehr gut möglich. Mit dem würde ich ja gerne nach Sado. Dann würde ich schon... Dann würde ich aber auch schon sagen, dann solltest du jetzt hier hin. Und du kannst diese Flotte da jetzt mal reparieren. Öffentliche Ordnung plus drei. Wieviel bringt der Charakter da drin? Vier. Wow. Okay. Das ist recht viel. Sollten wir vielleicht noch eine Runde warten mit ihm da drin. Das müsste aber auch gehen, ne? Wir müssen noch einmal noch kurz hier gucken. Ja, wir haben eine Provinz. Nämlich Minot. Bei der das mit der öffentlichen Ordnung für uns nicht so gut läuft, ne? Aber... Ja, das wollte ich da abreißen. Verstehe ich jetzt nicht. Das Kloster? Wollte ich das nicht auch abreißen? Das können wir theoretisch noch da drin lassen, ne? Aber... Naja. Wollen wir hier auch noch einen Tempel hinbauen? Naja, weil es zwei Runden dauert, ist es glaube ich ganz gut, ne? Ja, du kannst da noch eine Runde warten. Brauchen wir irgendwelche Garnisons-Truppen? Bin ich mir gerade noch nicht so sicher. Kannst du nach El Chigo? Er wird kaum Fernkämpfer, ne? Ich will mal gerade gucken, wie sähe es denn jetzt aus, wenn wir das automatisch machen? Ja, das sind zu hohe Verluste. Das sind zu hohe Verluste. Das werde ich händig machen müssen. Ne? Also alleine... Wir werden da alleine viel niedrigere Verluste haben. Ja, und dann ist halt die Frage, ob wir die Date halt auch jetzt hier dann von Norden aufrollen wollen. ich würde schon fast sagen ja, ne? Ich würde schon fast sagen ja. Das war's. Wir könnten halt warten, bis sie uns den Krieg erklären. So lange verteidigen wir uns halt eben noch, ne? Ja, okay. Ich meine, das hier oben ist natürlich eine sehr lukrative Position, ne? Okay, pass auf. Sagen wir mal, wir gehen hier hin. Du machst hier mal die Besteuerung aus, ne? Für mich ja absolut gar kein Act, ne? Weil ich meine, Geld haben wir genug. Und dann laufen wir hier hin. Und dann sehen wir ja nächste Runde, ob wir da noch weiter tätig werden müssen, ne? Machen wir hier noch einen neuen Ninja. Den schicken wir dann hier rüber nach Sitchinano, damit wir sehen, was da los ist. Wollen wir noch was rekrutieren? Das sind halt ganz coole, diese Lunden-Schloss... Ashigaru sind ja ganz coole Verteidigungseinheiten im Gegensatz zu den Bombenschmeißern da, die wir haben. Lass mal kurz, wir lösen einen von den Yari Ashigaru ohne Können auf. Aber warte mal, ja, aber nach Omi komme ich auch nicht ganz ran, ne? Hm, 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 hm. Dann schicke ich einmal den Metzger zum Scouten rüber. Ich will mal sehen, was das ist. Bäh. Na, komm mal wieder zurück. Okay. Ja, dann sehen wir uns dann im nächsten Teil wieder, würde ich sagen. Und bis dahin, macht's gut, Pax, Wobiskum, Valete.